ARD Text im Auftrag von Funk Deine Aktion letztes Mal Aber ich bin nicht deswegen gestorben, weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Immer sneaken, wenn du Bäume machst Ich habe ja keine Bäume gemacht Ich dachte, ich renne gegen die Kiste, weil ich dann fall einfach runter Bist du behindert? Spinnst du denn überhaupt? Wenn ich nach oben gucke, schubst mich nicht Vor allem, bau nicht sie unter mir ab Nö, du bist einfach runtergelaufen Ja, natürlich im Sneak Und Hitler hatte Aids Kann sogar sein, aber Er hat zu viele Frauen gerade penetriert Die Kiste schwebt jetzt gleich einfach Nein! Ich bin so dumm Du hast nicht gesehen Boah, du Spass, Alter, ich bin schon voll Angst Du Spass, Alter, was rennst du denn da hin? Rennen wir nicht dahin, wo ich hingucke Ich wollte das da abbauen Mach ich aber Okay Geh nach rechts Ja, da können wir fallen Du machst ein Loch rein, du Spass, die, Alter Du machst ein Loch rein, du Spass, die, Alter Und ich dachte, das geht weiter runter So Was machst du denn? Du bist zu behindert, Alter Ich werde abgezählt gegen jegliche Dumme, die ich unternehmen könnte Okay Erna Ja Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist Wir müssen da eigentlich ein Loch rein machen Warum? Weil sonst die ganze Pfand nicht funktioniert Ja, aber doch nicht aus Erde, Mann Kannst du das aus Holz machen, oder? Nee, geht ja nicht Okay, teils Holz, teils Erde Du Wir bauen einfach ab und bauen die dann irgendwo hin, wo es nicht so stört Dann Dann baust du einfach kurz nach oben Ich hab's nicht mehr Die ganze Zeit Ich merke es Wo stopft die Löcher, die du siehst So Jetzt Kannst du sie bauen Überleg dir irgendwas, wo Aber Ja, überleg dir irgendwas Da ist mir Wurscht, wo du baust Ich wollte euch schon mal die Erde des Safen ich war nur mit mir ja können wir jetzt was falsch ist hoff ich mal hoffe ich mache mein bruder ich bin nicht mit dir verwandt also ich würde mich umbringen wenn ich mit dir verwandt wäre dito warte warte was nicht mal kurz ich wollte nämlich hierhin haben unten ein bisschen mehr bringt so gut jeder hat so dass es am meisten so ich hab die items für mich kann ich mal da rein ja wie kommen wir so da so hier das heißt keine scheiße bauen ja du sagst du mir ich hab extra sind jetzt nur jetzt ist vorsichtig das ist mir zu verschwenden richtig scheiße ich freue mich auch immer scheiße war wenn das richtig war dann sagen wir mal scheiße scheiße weil es so falsch machen weißt du wer haben das ganze an der vollständig falschen stelle gebaut du hast es doch geboren ist das beste das ist ja ich gehe ich gehe holz an ja renne ruhig dauernd in den fokus rein zwischen gut das wird noch witzig mal gucken sollen wir einen deathcounter machen können wir müssen aber nicht ja bisher ist wer als einziges gestorben ich habe irgendwie jetzt was gemacht klingen klar oder du hast das hat in der ersten folge habe ich das gemacht und ich schicke dir das auch ja ja die hälfte meine stein es ist ich glaube die hälfte meine stein fällt in die lava in der lava wie zooo bitte fuck the logic ja jetzt fühle ich mich ein bisschen safer das ganze ist ein bisschen schöner gemacht der wiggle worm alter wiggle 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 ich will jetzt auch mal eine runde ich bin auch im spaß die war dann mal ein moment braucht die erde da drin ich kann jetzt keine bäume am pflanzen so das naher ja das naher ja das naja ja das naja ja das naja ja dafür hey das ist erst Der Swagger Wurm, Alter. Der Swagger Wurm, Alter. Swag-Mack. Swag-It-Mack-It. Swag-It-Mack-It, Alter. Swag-It-Mack-It, da gibt's bestimmt auch nochmal. Swag-It-Tack-It-Mack-It. Aber weißt du, das Nachfrage-Projekt von Tack-It-Mack-It sollte ja eigentlich Dings werden. Big-Dick. Ja. Ja, also das kommt auf jeden Fall noch. Zwar nicht komplett derselben Crew, aber ich denke mal, da werden genug zusammenkommen. Nein, sag ich. Also einer wird auf jeden Fall nicht dabei sein. Geile. Psycho. Nintendo? Ja. Ja, es ist gar nicht so ein Psycho-Warn-Projekt. Natürlich. Wir waren zu viert. Da war kein Psycho dabei. Ich weiß. Dann war Nintendo wahrscheinlich nicht. Oder Jan. Weil ich weiß, dass ich da dabei sein werde. Ja, eigentlich hab ich auch nichts gesagt. Boah, noch was ändern oder Steuerung. Ich hasse's! Ach, das geht hier ja noch nicht. Ah. Ich hasse den Stein. Da mögen wir mich mobben. Pff, nicht nur der Stein. Ja? Vor allem der fliegt dann so weit nach hinten, dass ich ihn einsammeln kann. Ich darf hier einfach stehen und sammle die ein. So. Ich hab schon vier Steine. Ja. Ihr habt noch 27 dazu. Geil. Da kann ich mich weiterbauen währenddessen. Problem ist, wir haben nur einen Eimer. Also wir können erst, wenn wir Silvorn, also mehr Eisen bekommen durch du weißt schon was. Ja, ja. Wie kann man den Hammer bauen? Weiß ich nicht. Deswegen wollte ich ja Dings eigentlich reintun. Aha. Ich. Ich kann das jetzt gucken. Immer derjenige, der nicht dann ist, guckt. Am besten. Das ist natürlich gut. So. Moment mal. Wo baue ich das hin? Brauchst du jetzt eigentlich noch nicht. Obwohl. Warte mal. Was macht man das nochmal? Was muss man nochmal zu hämmern? Stein, ne? Ja. 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 Dann bau einen und, ne. Doch, ne. Eigentlich nicht so. Weil wir müssen das mit dem Baum bauen. Komm. Wir schaffen. Es sind zwei Sticks, die wir verlieren. Ja, mach doch. Mein Gott. Alter. Geh mir aber nicht auf den Piste dabei. Du musst mir Holz geben. Ich habe kein Holz. Mein Inventar ist, ne. Aus der Stein. Dann müssen wir warten auf den Scheißbaum. Ich hoffe, du hast einen Timer gestellt. Weil ich hab's nicht. Ich hab einen Timer gestellt. Ich nehme auch auf übrigens. Idiota. Ja. Das weiß ich. Muchos idiotos bist du. So. Moment mal. Ne, ne. Da? Ne. Da. Und noch einen ran. Ja. Ja. Dann können diese Bäume auch fettleibig sein und trotzdem wachsen. So. Da. Und dann nochmal hier einen. Wir sind bereit. Auch für fettleibige Bäume. Hallo. Wo bist du? Afka? Läuft bei dir. Ich bin Handy. Ja. Den Handy-Typ gibt mir mal eine Spitzkecke. Außerdem macht keine mehr. Ach geil. Das ist mir angekotzt damit. Muss nämlich die Mütter abbauen. Hab ich nämlich ein bisschen verkeckt. So. Wunderbar. Ich pack die mal in die Chist rein. Verkeckt. Oh ja. Oh ja. Ich werd mit der Zeit hier... Du hast die ganze... Du hast die ganze Dirt, alter. Oh hier. Kotz, 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 kotz. Hans. Ja, du brauchst das. Ich mach einfach meine Sache. Ich bin einfach Morden. Guck mal. Okay. Wenn wir diese... Die Frage ist, wenn wir diese Folge heil überstehen. Heil! Weiß nicht. Hitler. Nazi. Geh zurück in den Nazikeller. Was hab ich zum Psycho gesagt? Das fand ich so lustig. Ich fand's lustig, weil als die Studierte gesagt habe. Boah, Bäume wachst doch mal ne Runde. Wachst doch mal die Runde. Das ist natürlich volles Englisch, alter. Wachs. 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 Wichst doch mal ne Runde. Bäume. Bäume wichst doch mal ne Runde. Wichsen gegen Nazis. Gegen Nazis. Wachs. Wir kennen uns beide zu gut. Klar. Wir sind echt Brudis. Und Jan ist nicht dabei. Hast du was ich machen würde, wenn Jan dabei auf den Server kommt? Runterschmeißen. Ich kenn dich. Lol. Oh, ich hab schon einen Pflasterstein bekommen. Ich dachte, hä, wo kommt der denn her? So. Unsere Baumfarben hat die zwei Saplings bekommen. Es muss ja nur beim Baum wachsen. Hast du noch Sticks oder hast du die alle aufgebraucht? Ich hab nicht mal welche gemacht, weil ich nicht mal Holz hatte. Ich hatte aber welche gemacht. Und danach hab ich grad gefragt. Achso, ja. Die hab ich verbraucht in der Spitze. Okay. Okay. Gut. Dann warten wir. Weil den Baumstamm kann ich ja auch mit der Hand abbauen. Nur wollte ich lieber eine Axt machen. Was vorne halt. Aber dann kann ich auch mit der Hand abbauen. Ist halt Handarbeit. Kann man eigentlich auf anderen Wege wie jetzt Lava bekommen? Schau mal. Nein. Glaub nicht. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Wie kann man die Prokes eigentlich machen? Das ist ein Mob. Das ist ein Mob. Das ist ein Mob. Ich hab dich gegen die Wand gekickt. Ich hab dich gegen die Wand gekickt. Wichser. Wichser. Ja Junge. Du kannst da gar nicht runterfallen. Wie dumm musst du sein, wenn ich dich dagegen kicke. Ja. Ich hatte Angst bekommen, dass da wirklich ein Mob wär. Ja, das wollte ich ja auch. War ja Absicht. Wenn wir noch sieben Minuten durchhalten, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir einen Part überstanden. Du überlebst. Nicht ich. Ja, hier geht es aber um wir und nicht über uns. Ich. Oh, du stirbst gerade. Wenn du mich jetzt haust, du weißt, was passiert. Oh. Du stirbst gerade. Junge. Nicht hauen. Ganz einfach. Wenn wir uns hauen, dann müssen wir uns sorgen, dass der andere nicht stirbt. Das war auch mein Ziel, weil ich nicht möchte, dass... Wiggle, wiggle, wiggle in my hand. Wiggle, wiggle in my hand. Wiggle, wiggle in my hand. Oh, guck mal. Da ist dein Penis. Guck mal. Da ist dein Penis. Oh ja. Ich bin am Wichsen, Alter. Wie das aussieht. Da fliegt aber so ein Wurm über deiner Hand. Ich guck selber mal. Wie das aussieht, Alter. Oh, ich bin am Wichsen. Ich verliere Hunger durch den ganzen Schaden, Alter. Ich hab schon eine Hungerkolle verloren. Ja. Wollen die eigentlich essen? Die Wusequanz? Keine Ahnung. Ich will sie auf jeden Fall nicht riskieren, weil die brauchen wir noch. Ey, Werner. Ja. Ich weiß nicht aus, aber... ...gebrochen. Tag. Die Sonne geht gerade auch noch. Komm, wir schauen... Wie schon? Wir beide zusammen. Den Sonnen auf, keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt. Wenn du mich jetzt... ...haust, Alter. Ich bin... Ich heiße nicht Mord mit Vornamen, übrigens. Ich weiß genau, wann ich dich nicht hauen soll. Ja. Weißt es, aber die juckt's halt nicht. Huh. Der Himmel sieht wirklich voll scheiße aus. Z. Ah. Ist ja dann nur... dumm. Eintölig. Hab ich eigentlich Nen... Ressource-Pack? Oh, den hab ich sogar. Ressource-Packs, sollte ich... ...das nächste Mal... Wenn die jetzt 나오ßen ... Ressource-Packs mal reinmachen. jetzt sieht es alles viel besser aus weißt du das ich sehe auch besser aus ich hab grad Specs drin ich guck mal auf den Lessourcenparkett hab äh, Sword-Tex, aber das ist für, ich weiß nicht welche Version fänden wir leid auf welcher Version ist, äh, ist, äh, Dings gewesen Tech-It ist auf 164 weil dann würde das Tech-Spec passen Alter, du weißt recht nicht, dass ich den Hamzen verloren habe dadurch, dass die jetzt nicht mehr regeneriert ok, die Bäume sollten gleich wachsen ja, ich mach grad Tech-Spec ein oh fuck, fuck, fuck chill mal, chill mal, chill mal, so vorsichtig ich hasse, wenn das so Wasser eigentlich anfrieren ich weiß nicht mehr, wieso ich hasse nicht, wenn du so rumzappelst, wie so ein Spastika das ist durchgängig das ist das Problem guck mal, wie die ganze Map besser aussieht, Alter was hast du denn reingemacht? Zortex ich weiß aber nicht, ob die kompatibel ist, weil's komisch läuft in der nächsten Folge können wir uns vielleicht dorthin rüber bauen oh, da ist nichts, cool freu ich mich bestimmt, wenn ich nicht da ist ne Insel da ist ne Insel in der Range ist nicht so weit genug Daniel, wir haben die viel bessere Qualität bei mir als den Beats ganz viel Qualität bei dir besser ist, Alter der Schöne und das Beats ich hab halt das bessere, die bessere Gameplay hat die bessere Grafik ja er ist EA und ich bin Nintendo ja dafür Junge, ich hab einfach zwei Herzen verloren wegen dir, du Spastika dafür bin ich für Erwachsene Erwachsene du Spastika hey, Werner Zilkwurm, bring rein nein, 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 wir brauchen Holz das heißt, Zilkwurm erst später ok, ich mach mir Stickies, danke Spastika jetzt kann ich Stickies machen so, pass auf, du musst gleich ein bisschen hier Dings sammeln äh, Spermien, Samen hör mal, wer da hämmert hör mal, wer da hämmert kannst du jetzt mal machen, ja, stimmt Junge, warum brennt's WAH! WAH! der Baum hat grad gebrannt hör auf bei dem Baum ja weißt du, wer der Baum ist? hör mal, wer da hämmert hör mal, wer da wichst ja, ich? der Morten, der wichst schon wieder was denkst du, wie ich schneide, Alter? kein Wichsen einfach weißt du, gegen Nazis natürlich, ne? ich wechsle immer gegen Nazis kenn ich ich hab meistens auch so das Feeling so, ja, jetzt wird's langsamer Zeit dass ich gegen Nazis ein bisschen Prostit- 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 Prostituiere, ja, natürlich protestiere ich Prostit Erich wie ich aber Prostituierte für Nazis toll, muchísато stein außer dass du was im notar ich weiß wie viel willst du halber steckt oder drei vierte steck halber so halb wieder ein bürger alter ne küsse und das ganze also nicht ich jetzt nicht hau das immer wer da immer wie du dich bewegst in dem auftritt aber wie du ausziehst unglaublich ich kenne Mama Ficke, Hammer wie ich deine nicht wegweite, Hammer du bist aber behindert das muss ich mal abgeklärt haben ich weiß wie ich meinen Kanal nun nennen werde behinderte Let's Plays mit Style Style alter wenn Oma der Style Hammer wer da fickt ich kenne deine Mama Hammer, Hammer, Hammer meine Hammer, Mama meine Hammer fickt meine Mama da geh in die Kiste, da ist ein Stein drin zumindest was davon übrig ist ok ich brauche eine Pickaxe, Picki, Picki, Micky Pickmick geil Pickmick Pickmick Pickmick, Alter Pickmick ich kann Pickmick mehr sondern Pickmick jeder kennt den Pickmick Pickmick oh fuck alter, da ist gerade Erde verloren gegangen Basti aber ich glaube ab einem gewissen Zeitpunkt können wir Erde selbst herstellen das ist wenigstens das Gute willst du dahin? ich sage das sollte man sich sparsam sein ich verändere eben unsere Form in Stein, ok? mach doch was du willst aber mach kein Risiko ich kein großes Risiko ich bin das Risiko wir spielen gleich Risiko uh, da fällt mir mein Penis ist ein Risiko das war ja immer schon, Alter ich weiß, das ist ein bisschen dangerous dangerous ja, ja, ja warte, 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 Vorsicht Vorsicht hier, kannst du haben hier, ich rubbeln wunderbar unsere Baumfarmen wurde erweitert guck dir das an wundervoll in den Minuten sind wir jetzt schon oh, wir können im Part benden wir sind schon bei 20 Minutes das ist meine Part-Grancer und was hab ich gesagt ich lock mich mal aus, damit ihr wisst dass ich keine Scheiße bange und wir sind echt nicht gestorben ich ändere noch kurz was darfst du nicht ja, das könnte ich alles ich glaub ich ändere ich fall grad runter verarsch mich nein Spaß Spaß ich hab dich nicht verarscht ok du hast mich nicht verarscht ok also dann würde ich sagen das war's für diesen Part ich lebe noch tschau bis zum nächsten Mal ihr fotzen geht auf seinen Kanal und guckt den dritten Part mein ich tschuldigung tschau bye